Hallo ihr Lieben, heute geht es weiter mit den Botschaften und Devisen eures Engels für die Sternzeichen von Waage bis Fische für den Monat Juni 2017. Erzengel Uriel für die Waage. Deine Sorgen, Deinen Ärger und Deine Probleme machst Du Dir selbst. Das bist Du gewohnt. Springe über Deinen Schatten und teile all das, was Dich belastet und verzweifeln lässt, mit jemandem, dem Du vertraust. Erkenne, dass andere nicht nur dazu da sind, sich mit Dir zu freuen, sondern auch mit Dir zu leiden. Denn nur der, der teilt, wird von der Last befreit. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Deine Devise ist, teile Deine Sorgen, sie werden Dich befreien. Engel Barbiel für den Skorpion. Weil Du im Moment ratlos und verzweifelt bist, hast Du vielleicht das Gefühl, dass man Dir etwas genommen hat. Du spürst Deine Wut. Doch diese Wut bringt Dir nichts. Aber Dankbarkeit macht Dich stark für all das, was Du bisher im Leben bekommen hast. Dankbar sein ist nicht Schwäche, sondern große Stärke. Denn nur wer gewinnt, ist dankbar und nicht wer verliert. Und Dankbarkeit macht Dich zum Sieger. Deine Devise ist, Dankbarkeit erinnert Dich erinnert Dich an Dein Glück. Engel Adnachiel für den Schützen. Manchmal kann die Stille für den Einsamen so laut sein wie ein Schrei. Doch habe keine Angst vor der Stille. Sie bringt Dich zurück zu Dir selbst. Der Lärm entfernt sich und die Stille bringt Dich zurück zu Dir selbst. In Deine eigene Mitte. Schalte mal einen Tag Dein Radio und Deinen Fernseher aus. Dann wirst Du die Stille spüren und das, was Du Dir selbst zu sagen hast. So kannst Du in Dich reinhorchen und Du stellst fest, das ist sehr viel, was Du Dir zu sagen hast. Deine Devise lautet, Lasse Dich Stille sprechen und höre, was sie zu sagen hat. Engel Adnachiel für den Steinbock. Dein Ehrgeiz durchströmt Dich mit voller Energie und Du gehst mit Deiner eisernen Disziplin und Ausdauer in die Tage. Dafür bewunderst Du Dich und andere tun es auch. Aber dadurch hast Du das Lachen verlernt. Höre wieder, was Dein Herz Dir sagt und lasse es lächeln. So wird die Welt wieder freundlicher. Versuche es einfach und begegne strahlend den Menschen, die Dir begegnen. Man wird es Dir mit einem Lächeln und strahlend zurückgeben. Deine Devise ist, lasse Dein Herz strahlen und die Welt strahlt zurück. Erzengel Gabriel für den Wassermann. Freiheit ist für Dich wichtig, doch das spricht nicht gegen Deine Gefühle, sondern sie verbinden Dich vertrauensvoll. Sie spricht nicht gegen Deine freudvolle Liebe, die Dich fesselt, sondern gemeinsam mit anderen Menschen wirst Du Dein Leben meistern. Das macht Dich nicht schwächer, sondern gibt Dir Kraft für die Freiheit, die man Dir gegeben hat. Deine Devise ist, Liebe kann Dich nicht fesseln, aber befreien. Engel Barchiel für die Fische. Dein Engel lässt Dich erkennen, dass Du die Welt wahrnehmen musst, so wie sie ist. Dann bist Du nicht mehr alleine. Höre das nette Wort eines anderen und sehe das Lächeln eines Kindes. Erkenne die Liebe, was die Menschen auf Erden zusammenhält. Nimm nicht unbedingt all das Böse in Dir auf, was die Nachrichten berichten und verteilen, sondern sehe den Mensch hinter dem Menschen. Dann bist Du daheim angekommen. Deine Devise lautet, entdecke in einer kleinen Geste die Liebe. Das, meine lieben Freunde, das waren die Botschaften Eurer Engel, passend zu den entsprechenden Sternzeichen, Waage bis Fische. Euch allen wünsche ich für den Monat Juni. Viel Glück und Freude. Ruft mich an, wenn Ihr Hilfe braucht. Ich bin für Euch da. In Liebe, Eure Deria.